Wann brauche ich ein grobes Profil? Grobe Profile können bei Tätigkeiten helfen im Außenbereich. Wenn ich auf dem Bau unterwegs bin, sehr viel Rutschhemmung haben möchte, wenn ich im groben Dreckschlamm oder sowas stehen möchte. Wir haben hier zum Beispiel, sieht man sehr gut, ein grobes Laufprofil. Dementsprechend habe ich eine gute Verdrängung, gerade wenn man auf unebenen Flächen unterwegs ist, dass man matschig ist und da hat man dann den besten Halt mit. Hinzu kommt, dass die Profiltiefe hilft, bei Flüssigkeiten und Schmutz den aufzunehmen und dann auch abzuleiten. Das kann man vielleicht vergleichen mit Winterreifen bei Autos.